Moin Leute und willkommen zurück, wir sind bei einer weiteren Runde GTA Online und wie ihr seht sind wir gerade nicht in einer Mission wie sonst sondern ich habe mir überlegt mit dem weißen Wagen der da im Hintergrund sozusagen steht geht es immer nur recht langsam voran und da wir etwas Geld durch die Raubüberfälle verdient haben habe ich mir für 275.000 diesen netten kleinen Sportwagen gekauft und ja klar, ich hätte auch noch einen teureren nehmen können, der noch besser ist aber ich wollte nicht das ganze Geld auf einmal ausgeben jetzt haben wir momentan noch fast 300.000 und deshalb würde ich sagen, fahren wir jetzt mal zu einer Tuning-Werkstatt um den Wagen hier noch ein bisschen mehr Dampf zu geben und den Aussehen so ein bisschen anzupassen und ja, ich lade dieses Video mal hoch weil ich mir dachte, mal so als kleine Abwechslung neben den ganzen normalen Missionen, die wir immer machen bei GTA Online jetzt mal eine kleine Abwechslung wenn es euch gefällt, gerne Kommentare schreiben da noch umgeben, wie auch immer ihr kennt das ja dann wird auch noch mehr in Sachen Abwechslung kommen das ist jetzt ein kleines Experiment, wie das ankommt ähm, ansonsten mache ich klar, gerne es werden auch noch weiterhin Online-Missionen kommen aber wenn ihr jetzt sagt, nee, dann machen wir lieber nur Online-Missionen ist das auch kein Ding so, wir fangen jetzt mal an mit der Panzerung ihr seht, ich habe noch einiges nicht freigeschaltet ähm, so bremsen können wir auch noch nicht Stoßstange können wir schon verändern klatschen wir warte, gucken am Heck so ein bisschen was nur und hier vorne, dann packen wir das dran so, das Fahrgestell da kommt so ein Überrollkäfig rein das können wir noch nicht der Auspuff bleibt so Sprengstoff machen wir nicht dran selbst wenn wir ihn dran machen könnten ach, hier vorne ist die Veränderung äh, da wenn ihr Sprengstoff dran macht explodiert zum Beispiel die Karre wenn ein anderer Spieler sich nähert oder einsteigt ist sehr doof, weil ihr dann den Wagen bezahlen dürft ne, das lassen wir auch lieber so Hupe brauchen wir auch nicht zu verändern Scheinwerfer, da hätte ich ganz gerne die Xeon-Scheinwerfer so Diebstahlschutz haben wir eh schon Nummernschild hier ist kein schwarzes und McBready dran, perfekt Lackierung ja, schwarz kann man sogar erstmal so lassen verkaufen möchte ich in die Seitenverkleidung klatschen wir hier gerade noch ein bisschen was hin Spoiler mal gerade gucken mit Spoiler oder ohne Spoiler da lassen wir den ähm, Getriebe können wir noch nicht Turbo können wir wahrscheinlich auch noch nicht ne, Reifen da müssen andere Felgen dran ähm, was machen wir denn Luxus nicht Sport können wir mal gucken, das Gelände da habe ich mich gerade vertippt serienfelgen die fände ich glaube ich nicht schlecht warte gucken, haben wir sonst noch irgendwas was Nettes mit dabei das sind wir schon eher so nicht Chromfelgen ne, Chrom ist so gar nicht meine Farbe das mag ich nicht gucken, oder nehmen wir jetzt einfach das wir nehmen einfach die hier äh, Felgen oder Reifenzubehör schutzlicher Reifen definitiv Tuningreifen brauchen wir nicht schwarzackfeilen brauchen wir auch nicht Felgenfarbe auch nicht die Fenster hätte ich ganz gerne ganz dunkel aber dafür müssten wir Level 49 sein mhm, so, Lackierung war doch was, ne haben wir da auch eine Sekundärfarbe könnte man dem Ganzen noch so ein bisschen ne, Crewemblem ist doof gucken wir doch mal irgendwas Mattes, was Schickes das sieht doch gar nicht mal so übel aus mit den Schwarzen ähm Sachen zwischendurch wie zum Beispiel die Frontverkleidung so ein bisschen schwarz gehalten am Heck auch das sieht eigentlich ganz nice aus gerade gucken haben wir noch eine andere Farbe orange wäre auch nicht schlecht oder machen wir den grün ach, kann ich gar nicht ja dann ach, wir nehmen jetzt einfach ein Weiß würde ich jetzt einfach mal sagen so und dann fahren wir doch damit mal kurz ein bisschen Probe ich bin den selber bisher noch gar nicht gefahren als ich ihn gerade aus der Garage abgeholt habe habe ich gleich das Video gestartet wie ihr gesehen habt deswegen weiß ich noch gar nicht wie der Wagen sich so fährt ich glaube der oh, der hat einen mega Wendekreis das gefällt mir nicht so Beschleunigung, ja geht hätte ich noch mal freigeschaltet könnte man denen definitiv noch ein bisschen mehr Dampf geben aber ist so ganz in Ordnung gerade gucken, dass wir hier auf dem Highway drauffahren ups und dann mal gucken, was das Schätzchen so abkann beziehungsweise wie schnell der wird jetzt vielleicht bergauf ein bisschen doof na komm da vorne wird es aber eh wieder eben der sieht ja auch so ganz nett aus na gut, die Kratzer müssten jetzt nicht da sein aber egal ja, der ist doch gar nicht mehr so übel geworden das kann man immer schon anpassen wenn wir in meinem Level aufgestiegen sind und irgendwelche neuen Fahrzeugteile freigeschaltet haben ja, der ist doch gut der gute Dom an wollte ich gerade sagen ja, ich würde sagen den lassen wir auch gleich so Farbe, klar könnte man auch noch so ein bisschen was verändern ich hätte ganz gerne hier Vinyls oder sowas das wäre noch ganz schick wobei die echt für einen Shooter ich nenne es jetzt einfach mal ganz punkt einfach nur Shooter haben die da schon echt ein ganz geiles Tuning mit reingebracht um einiges besser als bei so manchen neueren Need for Speed teilen wo das Tuning ja echt für den Anus ist und überhaupt gar keinen Spaß mehr macht dass sie sich da so ein bisschen verraten haben wie ich finde aber egal das ist ein anderes Thema ja, fliegen tut ja auch ganz gut und das wird dann also unser neuer Standardwagen für die nächsten Mission und wenn euch das ganze Video gefallen hat mal so ein bisschen Abwechslung jetzt haben wir nur getunt können wir zum Beispiel mal vorstellen dass wir irgendwie mal was mit 6 Sternen oder sowas machen in die Militärbasis einbrechen was auch immer da könnt ihr mir auch gerne Vorschläge mit reinschreiben also sagt hey Meg, mach mal diesmal nochmal das da bin ich ja gern für Vorschläge offen genauso wie auch für andere Spiele wenn ihr jetzt sagt hey, das und das Spiel hätte ich mal ganz gerne in ein Let's Play gesehen dann immer gerne in die Kommentare damit ich werde mir das Spiel angucken inwiefern das umsetzbar ist für mich und inwiefern ich da auch Lust drauf habe und eventuell wird dann das Spiel auch als Let's Play auf meinem Kanal kommen so, jetzt aber genug gelabert wie gesagt, wenn es euch gefallen hat gerne einen Daumen nach oben da lassen ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal haut rein, ciao